JFT, just fair and direct. JFT, just fair and direct. Also was ich hier sage, an Setup-Somuliere gegebenenfalls Vortrade, der definitiv nicht als Handelsempfehlung wertet, sondern lediglich als kleine Informationsquelle zusätzlich zu eurem eigenen Trading, zu euren eigenen Analysen und meine weiteren Fragen zum Trading oder aber auch natürlich zum Broker. JFT habt dann wie gewohnt auf der Website von jfdbrokers.com, hier könnt ihr noch diverse Fragen zum Trading oder aber auch natürlich zum Broker beantwortet bekommen. So, dann switchen wir mal rauf. Ganz kurz erstmal, seht ihr noch meine Streaming-Software bzw. meine Aufnahmesoftware hier an der Stelle? Die klicken wir mal weg und schauen erstmal als allererstes auf den GBP-US-Dollar, das britische Fund zum US-Dollar. Da hatten wir nämlich heute Morgen, hatten wir uns am Wochenende ja auch schon angeschaut, Arbeitsmarktdaten in Großbritannien. Und wir sehen jetzt rechts, wir sind jetzt hier im 15-Minuten-Chart, dass die Kerze aktuell irgendwie so ein bisschen grün wird. Wir schauen mal ins kleine Bild. Wir sehen so ein wenig Bewegung auf die Arbeitsmarktdaten. So diese, Moment, ich mache mal mein Zeichentool hier, dann sehen wir das. Das ist jetzt nicht so sonderlich groß, aber die Daten führen jetzt gerade dazu, dass das Fund ein wenig aufwertet. Das ist so die erste Reaktion auf die Arbeitsmarktdaten um 8 Uhr. Wir haben es jetzt, glaube ich, 8.40 Uhr oder so. Und jetzt sehen wir quasi eine weitere Tendenz erstmal auf der Aufwärtsseite. Die Daten waren nämlich ordentlich gut erstmal und das ist ja für den Arbeitsmarkt, wenn der Arbeitsmarkt gut ist, ist das ja erstmal kurzfristig gedacht, rein aus den Arbeitsmarktdaten, gar nicht so schlecht für eine Währung, wenn der Arbeitsmarkt floriert. Das hatten wir ja genau das Gegenteil bezüglich des Dollars. Jetzt durch die Arbeitsmarktdaten in den USA wo wir sagen, naja, das ist ja eigentlich für den Dollar jetzt nicht so rosig. Zumindest erstmal kurzfristig gedacht. Wenn man dann wieder ein Stück weiter denkt in Richtung der Zinsen, dann kann sich das natürlich dann auch wieder entsprechend etwas anders entwickeln. Aber jetzt sehen wir hier erstmal eine Aufwärtstendenz. Und ich habe ja gerade schon im Intro gesagt, dass ich eigentlich ganz gerne sehen wollen würde. Wir gehen mal auf den Halbstunden-Chart jetzt wieder ins britische Fund rein und gehen mal kurz auch in Richtung des Euro-US-Dollars. Der ist nämlich auch jetzt so ein bisschen nach oben wandern. Wir gehen mal auf den 5-Minuten-Chart. Wir sehen jetzt gerade so ein bisschen so eine Tendenz auf der Aufwärtsseite. Wir hatten uns gestern, ich glaube auch im DAX Long oder Short, schon mal mit dem Bereich da unten beschäftigt, mit diesem grünen Pfeil. Den hatten wir gestern eingezeichnet. Hatte gestern Morgen dann auch schon den Gedanken gehegt, eventuell hier irgendwas auf der Short-Seite zu machen. Das passierte dann am Ende nicht, weil der Bereich jetzt erstmal auf der Nordseite hier nicht getriggert worden ist gestern. Und ich ja gestern auch unterwegs war. Ich habe zwar meine Alarmfunktion dann immer an. Also ich habe auch die Möglichkeit, dann eben einen Alarm aufs Handy zu bekommen. Aber da passierte gestern am Ende nichts. Ich habe jetzt nochmal einen zweiten Bereich, ein Stück weit tiefer, mir für den heutigen Tag eingezeichnet, wo ich es eigentlich ganz gerne sehen wollen würde, dass der Euro-US-Dollars dort hineinläuft. Vielleicht nochmal ganz kurz, warum eigentlich auf einmal Short, wenn wir doch in den letzten Tagen und Wochen eigentlich eher primär immer die Aufwärtsseite sehen wollten. Wir haben ein wenig, allerdings muss man jetzt sagen, das ist schon fast wieder durch. Wir haben ja heute schon wieder Dienstag. Wir hatten durch die Non-Farm-Periods am Freitag einen kurzzeitigen Ausreißer nochmal der Erwartungen, dass die Zinsen eventuell um zwei Schritte in den USA nach unten kommen könnten. Dann allerdings hat sich das Ganze relativ schnell revidiert und es wurde eine ganze Menge davon ausgepreist, dass gegebenenfalls die Zinsen am 18. September in den USA irgendwie um zwei Zinsschritte nach unten kommen, in Richtung wieder nur eines Zinsschrittes. Das hatten wir in diesem CME-Fatwatch-Tool uns angeschaut, beziehungsweise hatte ich es dann die letzten Tage auch immer wieder reingehalten. Wir können es nochmal ganz kurz hier suchen. Das ist das hier, wo wir da sehen, dass jetzt hier 29 zu 71, ja, da waren wir dann am Freitag mit den Non-Farm-Periods mal fast in Richtung 60 auf der linken Seite laufend und der rechte Balken, der war relativ klein. Jetzt haben wir jetzt wieder diese 30-70-Aufteilung. Gestern hatten wir dann in der US-Opening-Bill sogar, glaube ich, 25 zu 75. Jetzt sind wir zwar wieder ein Stück weit nach oben gelaufen, aber ich würde dem jetzt nicht ganz so viel zuschreiben, sondern nach wie vor eher diese Auspreisung bezüglich dieser Erwartungen. Das kann sein, dass das dann jetzt schon wieder allerdings nachlässt. Ich würde es trotzdem für den heutigen Tag erstmal nochmal versuchen wollen. Allerdings müsste dafür der Euro-S-Dollar erstmal ein kleines Stück weit nach oben kommen. Ich habe jetzt hier ungefähr den Bereich so im Mittel 10,55, wir sind jetzt aktuell im Bereich 42, das ist jetzt auch nicht mehr so weit, da reden wir noch von so 13 Ticks auf der Aufwärtsseite, mit dem Gedanken, und da mache ich mal ganz kurz das große Bild, den 4-Stunden-Chart. Ich habe mal eine ganz große Zone. Die Zone ist jetzt erstmal der Zielbereich und es reicht ja auch, wenn man jetzt hier den 0,9, 65er-Bereich vielleicht auf der Unterseite schnappt. Das wäre nämlich ein Bereich, der aus übergeordneter Sicht durchaus für den Euro-S-Dollar nochmal angelaufen werden kann, denn grundsätzlich würde ich ja nach wie vor eher die Schwäche des Dollars annehmen wollen, weil halt Zinssenkungen generell ja kommen und gegebenenfalls auch weiterhin kommen werden, was ja erstmal primär schwach für den Dollar ist. Wir hatten dann eben auch nicht so rosige Arbeitsmarktdaten, also die Wirtschaftskennzahlen waren jetzt ja durchwachsen, schrägstrich Arbeitsmarkt eigentlich gar nicht so gut, ist eigentlich eine schwäche Signal ja für den Dollar, aber kurzfristig kann ich mir vorstellen, dass der eben noch ein Stück weit mehr Stärke erfährt. Und somit ist es zumindest mal ein Gedanke, dass wir uns eventuell bis in diesen Bereich hier unten bewegen können. Und damit hätten wir natürlich ein wunderbares Szenario, gegebenenfalls dann eben auch auf diesen Breakout der Tiefs von gestern hier zu setzen, beziehungsweise welche hier in der Nacht ausgebaut worden sind. Heißt, der sollte sich noch ein bisschen erholen. Wir sollten dann in diesem Bereich irgendwo leichte Wendemanöver sehen und dann könnte ich es mir vorstellen, hier entsprechend mit einem verhältnismäßig kleinen Risiko mal in Richtung Short zu denken. Wenn wir nochmal auf den Halbstundenschart gehen und das Ganze jetzt mal so ein bisschen rüberziehen, sehen wir, dass wir jetzt hier unten ja auch in dem Bereich, wo wir jetzt auch in der Nacht nochmal die Tiefs ausgebaut haben, dass wir hier quasi so ein bisschen wie so einen doppelten Boden haben. Das ist natürlich auf der einen Seite ein Bereich, der durchaus für Käufe nicht uninteressant ist, aber wenn das Szenario aufgeht und der Euro-S-Dollar oder der Dollar doch durchaus nochmal ein bisschen stärker erfährt, dann wäre das durchaus eine Situation, die ich gar nicht so verkehrt und schlecht finden würde. Und ähnliches gilt jetzt, und da kriegen wir gerade so ein bisschen den Auftrieb für das britische Fund, dass wir uns hier gegebenenfalls, da sind wir schon fast dran, ich habe es hier noch nicht eingezeichnet, aber wir sehen jetzt diese Zone hier oben, das hier so in etwa, das ist jetzt für das britische Fund, das ist zwar eine ganz kleine Zone, aber die könnte durchaus auch relevant sein, jetzt Drehung zu finden, aber ich gucke nochmal ganz kurz. Wir haben vom Freitag noch die Non-Farm Pirates, dann haben wir gestern in der Nacht da oben, ja, also das ist jetzt so eine kleine Zone, wo man mal schauen könnte, es wäre natürlich für das britische Fund auch noch der Bereich hier oben nicht ganz uninteressant, so die 40er Marke in etwa, Moment, machen wir jetzt hier nochmal weg an der Stelle und nochmal neu zeichnen, was ebenfalls nicht ganz uninteressant wäre, vielleicht nimmt der noch ein bisschen mehr Luft nach oben. Mit einem ähnlichen Gedanken, ja, dass das britische Fund jetzt hier gar nicht die große Geige spielt, 4 Stunden Schad nochmal genommen, sondern, dass wir hier, ja, diese, also wir hatten eine sehr, 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 sehr lange, starke Aufwärtstendenz im August im britischen Fund zum US-Dollar, ja, und jetzt sehen wir auch hier so eine leichte Konsolidierung und gegebenenfalls geht es auch hier nochmal eine Stufe tiefer. Bitte beachtet allerdings, wir werden von der EZB am Donnerstag, glaube ich, ne, ist die Zinsentscheidung, lasst mich da nochmal ganz kurz draufschauen, bevor ich da das Falsche sage, wir haben ja dann EZB-Zinsentscheidung am Donnerstag, genau. So, und das spielt natürlich gerade für den US-Dollar natürlich eine große Rolle, ja, und auch vorher könnt ihr jetzt hier vielleicht nochmal der ein oder andere Gedanke reintrudeln, was wiederum auch, ja, Schwäche erstmal für den Euro mit sich bringt, das würde ja diese Stärke, Gedanken des Shorts im US-Dollar irgendwo so ein bisschen beflügeln, ja, und mal gucken, wie sich das entwickelt. Ich habe jetzt zu dem Euro noch gar nichts gesagt, erstmal primär für die Dollar-Seite, aber ich könnte mir das, wie ich es jetzt vorgestellt habe, durchaus vorstellen, als Überlegung für den heutigen Handelstag. In diesem Sinne euch erstmal einen wunderbaren Handelstag, bis dahin euch nur das Beste, euer Markus Klebe, bye bye und ciao, tschüss.